Ich bin der Lou Hägi, bin 17 Jahre alt, Pianist und auch ich bin in der Sportklasse. Letzten Mai durfte ich ein Konzert mit einem Orchester geben und da haben wir regelmässig Proben gehabt, über zwei Monate hinweg. Ich konnte das nur unter der Woche machen und in der Sportklasse habe ich da fehlen, in einer normalen Klasse wäre das über zwei Monate hinweg nicht gegangen. Damit ich mein Berufsziel als Konzertpianist verwirklichen kann, muss ich pro Tag 3-4 Stunden üben können und dank der Sportklasse Gymnasium Bäumlihof kann ich das. Für Musikerinnen und Musiker stehen Übungsräume und ein hervorragender Konzertflügel zur Verfügung.